Die radikale Linke in Amerika gibt uns einen atemberaubenden Blick darauf, wie eine moderne Diktatur aussieht. Es ist mehr als heuchlerisch, Präsident Donald Trumps Kommentare auf Twitter zu verbieten und dem iranischen Atollah Bühne für seinen Judenhass zu geben. Die radikalen Linken bringen den mächtigsten Mann der Welt zum Schweigen. Ihr Erfolg zeigt nicht nur, dass sie eine bemerkenswerte Macht angehäuft haben, um praktisch jeden zum Schweigen zu bringen, sondern auch, wie eifrig sie sind, diese Macht auszuüben. Ihre Anstrengungen zeigen, wie groß ihre Angst vor Donald Trump ist. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Wenn die hinterhältige List der radikalen Linken offenbart wird, wird sich das Blatt schnell wenden. Obwohl es aussieht, als hätte Präsident Trump verloren, steht er doch kurz vor einem mächtigen Sieg. Heute besprechen wir, warum sich das Blatt noch wenden wird. Die Welt ist instabil, unberechenbar und gefährlich. Deutschland und Europa erleben große Krisen und Transformationen. Wie sieht die Zukunft Deutschlands aus? Was ist die Zukunft des Menschen? Die biblische Prophezeiung gibt Antworten. Dies ist der Wochenrückblick der Posaune. Hier lernen Sie, wie Sie Ihre Welt verstehen können. Hier ist Ihr Moderator, José Michels. Wir sind wenige Tage von der Amtseinführung des US-Präsidenten entfernt. Joe Biden wurde als Sieger der Präsidentschaftswahl 2020 erklärt. Aber wir bei der Posaune wissen, dass die Nation und die Welt eine Überraschung erleben werden. Viele setzten ihre Hoffnung in Präsident Trump. Und obwohl er eine wichtige Rolle spielt, kommt die Hoffnung von einem anderen Ort. Wir selbst haben vor zwei Jahrzehnten einen ähnlichen Kampf erlebt, dessen Ausgang viele überraschte. Die Demonstrationen am Kapitol haben viele schockiert. Aber die meisten Anhänger Trumps haben aus gutem Grund demonstriert. Nur wenige sind aus der Bahn geraten. Die Menge der Anhänger von Präsident Trump und angeblich einiger radikaler linker Aufhetzer, die sich als Trump-Anhänger ausgaben, prachen Fenster ein und stießen mit der Polizei zusammen. Mitglieder des Kongresses in der Senatskammer wurden tatsächlich für einige Stunden evakuiert, als die Polizei das Gebäude rettete. Ein Polizeibeamter des US-Kapitals tötete eine Trump-Anhängerin durch einen Schuss, als sie durch ein zerbrochenes Fenster kletterte. Drei weitere sind gestorben, die laut Behörden medizinische Probleme hatten. Was für eine Tragödie in dem Gebäude, das die amerikanische Republik repräsentiert. Linke Nachrichtenunternehmen, die die linken Unruhen im Jahr 2020 als größtenteils friedlich darstellten, stellten das Chaos als Aufstand dar und versuchen damit Präsident Trump und seine Anhänger zu diskreditieren. Wie der geschäftsführende Redakteur Stephen Flury in Präsident Trump is exposing the radical left bemerkte. Jeder sollte sich gegen Gewalt und Zerstörung stellen. Präsident Trump tat dies und forderte die Demonstranten auf, nach Hause zu gehen. Aber niemand sollte getäuscht werden. Die Tragödie am Kapitol ändert nichts an den Fakten über die Präsidentschaftswahl. Die Wahl wurde trotzdem gestohlen. Obwohl viele das wissen, geben sie dem Druck der radikalen linken Medien nach. Dennoch verhalten sich viele Gesetzgeber so, als ob die Gewalt im Kapitol bedeutet, dass Joe Bidens Sieg legitim ist. Einige republikanische Senatoren aus Georgia und Oklahoma versprachen Einwände gegen die Zertifizierung von Joe Bidens Sieg zu erheben. Taten dies jedoch nicht. Nachdem sich die Demonstrationen aufgelöst hatten und die Mitglieder des Kongresses in die Senatskammer zurückgekehrt waren, erhoben Republikaner Paul Goza aus Arizona und Senator Ted Cruz aus Texas Einwände gegen die Wahlergebnisse von Arizona. Beide Kongresshäuser stimmten jedoch dafür, ihre Einwände außer Kraft zu setzen. Später erhoben Republikaner Scott Perry aus Pennsylvania und Senator Joe Scholle aus Missouri Einwände gegen die Wahlergebnisse von Pennsylvania. Aber auch hier haben beide Häuser sie außer Kraft gesetzt. So früh am Morgen gab Vizepräsident Mike Pence bekannt, dass Joe Biden die Präsidentschaft gewonnen hatte. Präsident Trump erklärte, dass es am 20. Januar zu einem geordneten Machtwechsel kommen werde. Durch einen Sprecher ließ er verkünden, Zitat, Auch wenn ich mit dem Wahlergebnis überhaupt nicht einverstanden bin und die Fakten mir das bestätigen, wird es am 20. Januar doch dennoch einen geordneten Übergang geben. Ich habe immer gesagt, wir würden unseren Kampf fortsetzen, um sicherzustellen, dass nur legale Stimmen gezählt werden. Während dies das Ende der größten ersten Amtszeit in der Geschichte des Präsidenten darstellt, ist es nur der Beginn unseres Kampfes, Amerika wieder großartig zu machen. Endes Zitates Fast jeder Republikaner, einschließlich des Vizepräsidenten, hat ihn verlassen. Es wird immer schwieriger zu sehen, wie Donald Trump möglicherweise Amerikas Präsident bleiben kann. Präsident Trump erinnert die wilden Demonstranten daran, dass er für Rechtsstaatlichkeit steht und fordert sie auf, nach Hause zu gehen. Aber er gibt seinen Kampf um die Aufdeckung der Korruption der radikalen Linken nicht auf. Er drängt trotz aller Widrigkeiten darauf, die Wahrheit aufzudecken. Dieser Präsident hat enormen Mut und Gott wird diesen Mut nutzen, um einige der größten Betrugsfälle aufzudecken, die jemals begangen wurden. Poussone-Chefredakteur Jared Flury glaubt fest daran, was er in seinem Artikel, warum Donald Trump Amerikas Präsident bleiben wird, geschrieben hat. In seinem Artikel bemerkte er, dass Präsident Donald Trump eine moderne Erfüllung des alten israelitischen Königs Jerovom II. ist. Wie Herbert W. Armstrong in den USA und Großbritannien der Prophezeiung dokumentiert hat, gehören die Amerikaner zu den Nachkommen der alten Israeliten. Vers 26 von 2. Koning 14 offenbart, dass Gott diesen Führer der modernen Israeliten benutzt, um seine Nation vorübergehend von den radikalen Kräften zu retten. Niemand sollte erwarten, dass die Aufdeckung von Betrug einfach ist. Der Apostel Johannes schrieb in Kapitel 3, 21 Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbart wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Satan und seine Anhänger hassen das Licht, und sie hassen es, entlarvt zu werden. Deshalb arbeitet ein Netzwerk wie der Tiefe Staat in Amerika in Dunkelheit und Geheimhaltung. Bei den meisten Auftritten wird Joe Biden als Amerikas nächster Präsident anerkannt, schrieb Herr Gerard Flury. Jedoch bemerkte er auch, Zitat, aber das glaube ich überhaupt nicht. Herr Trump wird auch diesen Sturm überstehen. Unabhängig davon, was die Medien sagen oder wie die Dinge jetzt aussehen, bin ich zuversichtlich, dass Donald Trump Präsident bleiben wird. Warum hat Herr Flury so einen kühnen Anspruch erhoben? Und warum steht er noch, nach all dem, was geschehen ist, noch dazu? Einen der Hauptgründe ist, dass er eine bestimmte biblische Prophezeiung glaubt, die Gott über diese kleine Viertelphi Kirche Gottes offenbart hat. Und es hat mit einem Gerichtsverfahren zu tun. In seinem letzten und größten Buch, Geheimnis der Zeitalter, widmete Herr Armstrong Kapitel 2 dem Geheimnis der Engel und bösen Geistern. In Bezug auf dieses Kapitel schrieb Herr Flury, Zitat, dieses Buch enthüllt, Satan wie kein anderes Buch auf Erden. Der Teufel hasst und fürchtet vor allem die Enthüllung. Er ist in unruhiger Wut und versucht Geheimnisse der Zeitalter zu zerstören. Herr Stephen Flury schrieb dazu, während mein Vater das schrieb, versuchte Satan, dieses Buch auf jede mögliche Weise zu zerstören. Herr Armstrong war gestorben. Seine Nachfolger in der weltweiten Kirche Gottes hatten Geheimnisse der Zeitalter aus dem Verkehr gezogen. Und nachdem die Viertelphi Kirche Gottes es gedruckt und kostenlos an alle verteilt hatte, die danach fragten, bekämpften sie uns vor Gericht. Sie haben uns mit dem Reichtum, den Ressourcen, der internen rechtlichen Feuerkraft und dem Zorn einer Organisation angegriffen, die um ein Vielfaches größer ist als unsere. End des Zitates. Herr Gerald Flury schrieb dazu, Zitat, Noch nie hat dieses Werk einen solchen Zorn erlitten. Bisher war Satan gefährlich erfolgreich. Aber wir dürfen ihn nicht erfolgreich sein lassen. Gott ist auf unserer Seite. Jetzt muss jeder von uns nach seinem Glauben wandeln. Satan weiß, dass Gottes Botschaft die Welt nicht erreichen kann, wenn er Herr Armstrongs Schriften zerstören kann. Die Verbreitung dieser Botschaft ist genau der Grund, warum wir jetzt berufen wurden. Ende des Zitates. Die Fidelphi Kirche Gottes hat Geheimnis der Zeitalter gedruckt. Dieses Buch entlaft Satan und offenbart Gottes großartigen Plan, ihn zu besiegen. Diejenigen, die Satan in der weltweiten Kirche Gottes inspirierte, verklagten die Fidelphi Kirche Gottes. Herr Stee und Flury bemerkte dazu, Zitat, Mein Vater wies uns an, weiter zu drucken. Dann sagte er uns, wir sollten die anderen wichtigen Bücher von Herrn Armstrong auch drucken. Er glaubte, dass diese Bücher von Gott inspiriert waren und dass Gott Wunder wirken würde, um Satan zu besiegen und sie jedem zugänglich zu machen, der sie anfordern würde. Ende des Zitates. Der Gerichtskampf zog sich hin. Satan inspirierte eine Reihe unehrlicher Manöver der weltweiten Führer. Dann urteilte das kalifornische 9. Bezirksgericht, dass wir das Drucken von Geheimnis der Zeitalter einstellen müssen und wir wurden angeklagt, Schadensersatz der weltweiten Kirche Gottes zu leisten. Wir haben beim obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten Berufung angelegt. Sie haben den Fall nicht angenommen. Es sah so aus, als gäbe es keine Möglichkeit, Geheimnis der Zeitalter in die Welt zu bringen. Doch selbst in dieser Situation bestand Herr Fluri darauf, dass Gott uns auf eine oder andere Weise eine Möglichkeit bieten würde, dieses Buch erneut zu versenden. Er sagte, dass Habakkuk 3, Vers 2 und andere Prophezeiungen zeigen, dass Gott sein Werk inmitten der Jahre wiederbeleben lassen würde. Anfang 2003 beschloss die weltweite Kirche Gottes abrupt und unerklärlich, uns das Urheberrecht, ein Geheimnis der Zeitalter zu verkaufen. Und der Anruf kam ausgerechnet am 16. Januar. An diesem Tag starb vor Jahren Herr Armstrong. Ist ein Datum, das wir sehr genau beobachten. Aber die weltweite Kirche Gottes gab eine Bedingung. Die Anwälte der weltweiten Kirche Gottes verlangten, dass wir die Unterlagen zurückgeben, die die Gerichte der Fidelphi Kirche Gottes zur Verfügung gestellt haben. Das war die Bedingung, dass wir die Bücher kaufen konnten und das Urheberrecht haben konnten. Nach sechs Jahren des Kampfes vor Gericht, laut der Herr Fluris Entscheidung, dass wir unter diesen Umständen nicht auf einen Deal eingehen würden und weiterkämpfen würden. Daraufhin kapitulierte die weltweite Kirche Gottes auch in diesem Punkt. Es war ein Wunder Gottes. Wir haben nun die Urheberrechte für diese wunderbaren Bücher erhalten. Sie können sie kostenlos auf unserer Webseite dieposaune.de bestellen. Die Wahrheiten in diesen Büchern entlarven Satan. Und wir haben die Dokumente aufbewahrt, die eine Fallstudie darüber enttüllen, wie die weltweite Kirche Gottes infiltriert, infiziert und geistlich entführt wurde. Ja, Stephen Flurry hat darüber ein Buch geschrieben. Es heißt Raising the Ruins. Zur Zeit nur auf Englisch erhältlich. Gott und diejenigen, die ihm folgen, kämpfen, um Satan zu entlarven. Es sieht nicht so aus, als gäbe es eine Verbindung zwischen unserem Urheberrechtsstreit mit der weltweiten Kirche Gottes und der heutigen Krise in den Vereinigten Staaten. Aber beide entlarven Satan. Sie müssen es jetzt nicht glauben, aber achten sie auf Ereignisse, die zeigen, wo Satan arbeitet und wo Gott arbeitet. Gott nutzte die Krise in der weltweiten Kirche Gottes, um wahren Christen die Chance zu geben, Satan abzulehnen und sich an ihn zu wenden. Gott nutzt diese Wahlkrise in Amerika, um den Nachkommen des alten Israels eine letzte Chance zu geben, Satan abzulehnen und von ihren vielen Sünden zu bereuen. Achten sie darauf, dass Gott Trump nutzt, um die Korruption in der amerikanischen Politik aufzudecken. Und wenn sie sehen, dass Bidens Sieg letztendlich aufgehoben wird, haben sie keinen Zweifel daran, wer dafür verantwortlich ist. Gehen sie auf unsere Webseite dieposaune.de, um die Literatur kostenlos zu bestellen, um die wir für Jahre gekämpft haben. Dort finden Sie auch die neuesten Artikel über Präsident Trump und die Zukunft Amerikas. Bleiben Sie auf dem Laufenden und beobachten Sie weiterhin die Welt, in der Sie leben. Mein Name ist José Mischels, das war's von uns vom Wochenrückblick. Sie hörten gerade das Programm Der Wochenrückblick von der Posaune. Besuchen Sie uns bitte auch auf unserer Webseite dieposaune.de